Heute für euch, wie Vincent Crabbe das Dämonstfeuer einsetzen konnte. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video widmen wir uns einem von Draco Malfoys Gefolgsmännern, Vincent Crabbe, aus dem Duo Crabbe und Goyle. Genauer gesagt werden wir über Crabbe im Zusammenhang mit einer mächtigen Form der dunklen Magie sprechen, dem Zauberspruch Dämonstfeuer. Vincent Crabbe war ein reinmütiger Zauberer, der im Jahr 1980 geboren wurde. Er entstammte einer langen Linie dunkler Zauberer und Todesser, wobei sein Vater, Crabbe Senior, in der Saga erwähnt wird. Trotz seiner Verbindung zu dunklen Umständen wurde Crabbe erlaubt, Hogwarts zu besuchen. Es ist wenig überraschend, dass er in das Haus Slytherin eingeteilt wurde, als er die Schule betrat. Er entwickelte eine besonders enge Beziehung zu seinen Slytherin-Kameraden Gregory Goyle und ihrem Anführer Draco Malfoy. Im Jahr, als Umbridge Schulleiterin wurde, schlossen sich Goyle, Crabbe und Malfoy der Inquisitionsgruppe an, die ihre Mitschüler verriet, weil diese sich weigerten, die neuen Regeln von Hogwarts zu akzeptieren. Damals schien Crabbes Handlung sicherlich weniger bedenklich zu sein. Mit zunehmendem Alter und seiner Entwicklung zum jungen Erwachsenen stand die Zaubererwelt vor einer düsteren Zukunft, da die dunklen Künstler an Einfluss gewannen. Viele Schüler wurden gezwungen, sich auf eine Seite zu stellen. Crabbe wählte den Pfad des Bösen und schloss sich Lord Voldemort an. Diese Entscheidung verwandelte ihn von einem unbeschwerten Kind in einen zutiefst verdorbenen und verdrehten jungen Mann. Als die Carrows in Hogwarts unterrichteten, wurde deutlich, wie sehr er sich verändert hatte. Amycos Carrow unterrichtete das, was früher als Verteidigung gegen die dunklen Künste bekannt war. Aber zu der Zeit ging es nur noch um die dunklen Künste. Wir wurden angewiesen, den Kruziatusfluch an Schülern zu praktizieren, die sich Nachsitzen verdient haben. Was? Halte die vereinte Stimme von Harry, Ron und Hermine den Gang auf und ab? Wir sollen den Kruziatusfluch an Schülern üben, die Nachsitzen verdient haben. Ich habe mich geweigert, es zu tun, aber einige Leute genießen es. Crabbe und Goyle scheinen es zu mögen. Es ist das erste Mal, dass sie sich bei etwas an der Spitze sehen, nehme ich an. Die Tragödie bei Crabbe besteht darin, dass er nie wirklich eine Chance hatte. Er entstammte einer Familie von Todessern und von Anfang an wurde er Teil einer Freundesgruppe, die immer die falschen Entscheidungen traf. Um Dumbledore zu zitieren, es sind unsere Entscheidungen, Harry, die zeigen, wer wir wirklich sind. Weit mehr als unsere Fähigkeiten. Und Crabbe traf eine Vielzahl falscher Entscheidungen. Als Crabbe letztes Jahr in Hogwarts anbrach, war er bereits ein ausgewachsener, dunkler Zauberer. Nicht nur der Sohn eines solchen. Dies führte schließlich dazu, dass er sich gegen das Trio wandte und sich gegen viele Schüler stellte, mit denen er aufgewachsen war. Am 2. Mai 1998 setzte Crabbe schließlich im Raum der Wünsche einen der mächtigsten dunklen Flüche in der Zaubererwelt ein. Das Dämonsfeuer. Es war kein gewöhnliches Feuer. Crabbe hatte einen Fluch verwendet, von dem Harry nichts wusste. Als sie um die Ecke bogen, verfolgten die Flammen sie, als ob sie lebendig wären, fühlend und mit der Absicht, sie zu töten. Das Feuer mutierte nun und bildete ein riesiges Rudel feuerspeinender Kreaturen. Flammende Schlangen, Chimären und Drachen stiegen empor, fielen wieder ab und stiegen erneut auf. Das ganze Zeug aus dem Raum der Wünsche, welches sich über die Jahrhunderte gesammelt hatte, wurde in die Luft geschleudert, bevor sie vom Inferno verschlungen wurden. Dämonsfeuer ist ein äußerst fortgeschrittener dunkler Zauber, der mächtige magische Flammen erzeugt, die im Grunde genommen alles zerstörten, was sich ihnen in den Weg stellt, oft in Form von gewaltigen feuerspeinenden Kreaturen. Die Frage ist da nur, wie konnte Crabbe diesen Zauber beherrschen? Dämonsfeuer scheint die Art von Zauberspruch zu sein, die normalerweise nur extrem mächtigen dunklen Zauberern wie Voldemort und Grindelwald vorbehalten ist. Ich persönlich war ziemlich stark überrascht, dass dieser Zauber von jemandem angewandt wurde, der oft als ziemlich inkompetent dargestellt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt ist dies wahrscheinlich der mächtigste Zauber, der von irgendjemandem ausgeführt wurde. Also wie hat er und vor allem er das geschafft? Ist Crabbe nicht einfach nur ein Diener von Malfoy gewesen? Die Wahrheit ist, Crabbe war von den beiden, Crabbe und Goyle, sicherlich talentierter. Interessanterweise vermitteln uns die Filme jedoch oft den gegenteiligen Eindruck. Crabbe war mehr, als es auf den ersten Blick schien und es stellte sich heraus, dass er kein völliger Dummkopf war. Tatsächlich entwickelte er mit zunehmendem Alter betrachtliches Geschick in der Anwendung dunkler Magie. Wir können ihn sogar dabei beobachten, wie er erfolgreich einen Avada Kedavra Zauber auf Ron anwendet. Ein Zauber, der ein hohes Maß an Konzentration und Geschicklichkeit erfordert. Crabbe drehte sich um und rief erneut, Avada Kedavra. Ron sprang, um dem Grünlichtstrahl zu entkommen. Der zauberstablose Malfoy hockte hinter einem wackeligen Kleiderschrank, während Hermine auf sie zustürmte und Goyle mit einem Betäubungszauber traf. Angesichts seiner Herkunft als Kind eines Todessers denke ich, dass Crabbe zu Hause sicherlich eine beträchtliche Menge dunkler Magie gelehrt bekommen hat. Crabbe hat nicht nur dunkle Magie beigebracht bekommen, sondern auch zusätzliche Zauberpraktiken außerhalb des Lehrplans in Hogwarts erlernt. Er war nicht nur im Unterricht, sondern auch bei den Carrows bestrebt, mehr über die dunklen Künste zu erfahren. Nachdem das Fiasko im Raum der Winter vorbei war, vermutete Harry, dass Crabbe von den Carrows gelernt haben muss, wie man den Dämonsfeuerfluch ausspricht. Dämonsfeuer, verfluchtes Feuer, ist eine Substanz, die Horcruxe zerstören kann. Aber ich hätte mich nie getraut, sie zu benutzen. Sie ist äußerst gefährlich. Woher wusste Crabbe, wie man... Das muss er von den Carrows gelernt haben, sagte Harry grimmig. Schade, dass er nicht aufgepasst hat, als sie erklärten, wie man es stoppt, sagte Ron. Wenn er nicht versucht hätte, uns alle umzubringen, würde es mir sogar leid tun, dass er gestorben ist. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich ansprechen muss, ist, dass Crabbe seine kurze Zeit beim Ausführen vom Dämonsfeuer nicht überlebt hat. Crabbe wurde nämlich ziemlich rasch in die dunkle Magie eingeführt und obwohl er in der Lage war, das Dämonsfeuer zu benutzen, was an sich schon beeindruckend ist, bedeutete das nicht zwangsläufig, dass er es auch unter Kontrolle hatte. Crabbes Verständnis von Magie war ziemlich einseitig und das lag daran, dass er sich erst später im Leben wirklich dafür zu interessieren begann. Selbst im sechsten Schuljahr hatte Crabbe immer noch Schwierigkeiten mit seiner Verteidigung gegen die dunklen Künste, wie Snape offenbarte. Wenn eure Freunde, Crabbe und Goyle die Absicht haben, ihre ZAG in Verteidigung gegen die dunklen Künste bestehen zu wollen, müssen sie sich ein bisschen mehr anstrengen, als sie es bisher getan haben. Es scheint, dass selbst wenn er mächtige Zauber wirkt, Crabbe immer noch grundlegende Dinge wie das Befolgen von Befehlen oder das Verstehen von Konsequenzen nicht begreift. Draco Malfoy sagte, Stopp, der dunkle Lord will ihn lebendig haben. Crabbe und ich bringe ihn um, oder nicht? Aber wenn ich kann, dann werde ich es tun. Der dunkle Lord will sowieso, dass er tot ist. Wo ist da der Unterschied? Er ist ein Schlammblut. Avada Kedavra. Kommen wir nun zu einem kleinen Fazit des Ganzen. Zusammengefasst, Crabbe erlernte sehr schnell eine Menge dunkler Magie, was letztendlich zu seinem eigenen Untergang führte. Er wusste, wie man diese dunklen Zaubersprüche benutzte, aber er verstand nicht vollständig, was er damit anrichtete. Dies führte dazu, dass er sein eigenes Dämonsfeuer nicht kontrollieren konnte. Als Crabbe versuchte, Harry im Raum der Wünsche zu töten, waren seine letzten Worte, Magst du es heiß abschauen? Das ist natürlich eine schmerzhafte Ironie, wenn man bedenkt, dass die einzige Person, die dem Fluch tatsächlich ausgesetzt war, er selbst war. Auf eine kranke und verdrehte Weise würde ich wetten, dass Amycus und Alektocaro wussten, was sie taten, als sie Crabbe teilweise beibrachten, wie man das Dämonsfeuer benutzt. Sie dachten wahrscheinlich, es wäre lustig, diesem bösen, wenn auch fehlgeleiteten Schüler einen solchen Zauber beizubringen und ihn auf eine Selbstmordmission zu schicken. Und das war's mit diesem Video. Hättest du an Crabbe Stelle das Dämonsfeuer angewandt? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.